hallo und herzlich willkommen zum weiteren let's play von mini ninjas wir schleichen uns hier schön an den roten ran ist eine kleine drecksau eine rakette da muss man scheißwein aufpassen fäll hier rauf kann man sich hier super wieder tarn hallöchen du kleiner roter dreck was du au 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 weit scheiße auch nicht zwei bären hier verschwinden los er hat mich gesehen sehr kleiner spaß die hier kleiner ninja samurai was ich jetzt gucken will tarnung ich fange auf ich bin kleiner busch ich bin george w busch muss mal gucken weil mich auch die sind doch scheiße halt da sollte ich mich gerade anschleichen und sie niederbäschen aber so funktioniert das wohl nicht halt da halt da so jetzt ich habe ein bisschen zwei früchten reichen gut 1 3 stecken toll auch schon ne auch schon zwei ok jetzt nochmal eins wunderbar ja die samurais sind wirklich scheißbehindert ich glaube das ist ein Mann ein frosch ja schon hat's klar so jetzt komm prügel 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 sind ja wirklich scheißschwache scheißbehindert guck mal Tiere fröschchen und vögelchen alles drum und dran schon fast wieder ein level up das finde ich aber schön kirschbombe guck wir benutzen mal so ein bisschen Bomben ich werde voll dafür welcher ist der richtige Weg und welcher ist der falsche Weg so oh ich stehe da da jetzt will ich gerade gucken ist einer von denen ein Schrein eventuell das ist ein verrückter Mongo ähm auch Bomben Pfeffarbomben Kirschbomben ist das jawoll jetzt haben wir mal die Kirschbomben hoppala ach das hat ihn gleich getötet oh haha Kirschbombe so den haben wir auch gekehlt hier ist unser Freundchen unser Freund der kleine Bogenschütze du hast Schuhen befreit er schnell weiß mit seinem Bogen umzugehen setz ihn als Kundschaft ein und schalte dann geh deine Hilfe seiner sicheren Entfernung aus wir haben einen Lebenscharakter Schuhen bei Schuhen die wissen jetzt schon von mir aber sie können ihre Verteidigung nützen Scheiß ping was hat denn der für eine Reichweite anscheinend der ist recht ordentlich ja der hat eine ordentliche Reichweite so jetzt noch der letzte bitte ja komm bewegt ja komm muss ich schon ein bisschen wegbewegen ja ja Schuhen ist ein guter Freund von Hiro Hiro Nakamura war komm ein speicherhoher Punkt wäre nicht schlecht ne muss ich hier durch wenn ich den anderen Weg gegangen wäre wäre ich einfach von da gekommen oder was ja wäre ich einfach von hier gekommen wir nehmen jetzt mal ein bisschen meinen Lieblingscharakter hier schon wenn wir schon ihn haben schon 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 Hallo ne das ist eine gefährliche Gegend ne auf dem Fluss treiben unzählige Laternen aus dem Dorf östlich von hier das ist zweifellos ein Hilferuf sei auf der Hut ok wenn du dem Pfad zu deiner Rechten folgst gelangst du an einige Tempeltore dort findest du vielleicht Hilfe brauche doch keine Hilfe ich bin Ninja so guck mal wäre der weitere Reichweite dich oder die gut so eine Riesenreichweite habe ich wohl auch nicht ich glaube die mögen mich nicht so besonders ich glaube nicht ne so ja komm her komm her ja Dabhaappedling Konnichiwa Konnichiwa Was hat's denn hier überhaupt Wie viele Fähigkeiten hat sie? Ah, hier hat's gar keine zu rollen Kann ich die Fähigkeiten gleich rauchen in dem Fall Find ich auch nicht schlecht Erstmal io in den Tarn-Modus Was ja nicht jeder gleich wissen, dass ich hier herumfurze Auch im Licht bleibe ich ungesehen Finde ich geil Jetzt sieht man mich natürlich Die habe ich auch noch nie benutzt Krähenfüße Ich glaube ich nehme mal noch die Krähenfüße rein Und dann gucken wir mal Was sie so können Ich habe gerade die gleich geniale Idee Wo wir sie einsetzen Ja Guck mal Hinter euch Denkst du du kannst mich hier einfach so Attackieren Komm Na kommt Wow Scheiße 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 Mega lag Mega lag Mega lag Warum Warum 12 Frames pro Sekunde Als 12 Bilder pro Sekunde War nicht gerade riesig Du kannst jetzt mit deiner Energie Angriffe ein zusätzliches Ziel attackieren Wunderbar Okay Dann würde ich sagen Man sieht sich im nächsten Part wieder Wenn ich hier Da am Runddackeln bin Und Ja Bis dann Tschüss Tschüss Bis dann Vielen Dank.